Ich habe letztens in einem Restaurantmüll diese großen Dosen gefunden. Und was ich schon immer mal ausprobieren wollte, ist die Serviettentechnik. Und ich dachte, daraus kann man wunderbare Blumentöpfe machen und gleichzeitig diese Technik mal ausprobieren. Ihr braucht dazu eine Dose. Wie gesagt, ich habe meine in einem Restaurantmüll gefunden. Ihr könnt aber auch gerne da einfach fragen und wenn sie nett sind, heben sie euch Dosen auf. Weil ich finde es schöner, wenn die größer sind. Das macht einfach mehr her. Ihr könnt aber natürlich auch eure kleinen Hausgebrauchdosen nehmen. Das geht natürlich auch klar. Dann braucht ihr die Servietten, die ihr mögt, die euch gefallen. Dann braucht ihr Kleber. Ich habe so einen ganz billigen Bastelkleber gekauft für 1 Euro in so einem 1-Euro-Laden. Gemischt habe ich das mit Holzleim, weil ich dachte, dann hält es wirklich bombenfest. Probiert einfach aus mit dem Kleber, den ihr zu Hause habt oder den ihr günstig kriegt. Die Kombination hält auf jeden Fall. Um den Kleber aufzutragen, braucht ihr einen Pinsel, Frischhaltefolie, eine Schere, eure Pflanze und Blumenerde. Falls ihr da direkt eine Pflanze reinmachen wollt, ihr könnt es auch als alles andere benutzen. Ich sage am besten am Anfang schon, ihr braucht ein bisschen Geduld. Aber das Gute daran ist, wenn ihr so einen richtig scheißstressigen Tag hattet und so ein bisschen runterkommen wollt, dann macht so ein, zwei, drei Dosen davon und danach seid ihr auf jeden Fall tiefenentspannt. Ihr fangt damit an, dass ihr die Teile, die ihr auf die Dose bringen wollt, ausreißt aus der Serviette. Je größer das einzelne Teil ist, desto schwieriger ist es, das glatt auf die Dose zu bringen. Wenn ihr damit durch seid, dann fummelt ihr jetzt das ganz Äußerste von der Serviette ab, dass ihr so ein ganz hauchdünnes, nur die oberste Schicht, wo euer Motiv drauf ist, das nur noch habt. Wenn ihr das alles abgefummelt habt, dann fangt ihr an mit einem Teil und dreht es so um, dass die kräftigere Seite auf der Drehschaltpolie liegt. Und dann fangt ihr an, vorsichtig, das reißt ganz schnell, es ist sehr fragil, vorsichtig das alles gleichmäßig mit dem Kleber einzustreichen. Und dann schneidet ihr einfach drumrum, sodass ihr das gut platzieren könnt auf der Dose. Dann legt ihr das so auf die Dose an die Stelle, wo ihr das haben wollt und zieht das ganz vorsichtig ab. Und ich habe dafür eine Schere genommen und es immer so ein bisschen von der Folie runtergestrichen, weil sonst klebt es euch an der Dose fest oder an der Folie oder wie auch immer. Also ganz vorsichtig, ganz langsam, sodass alles schön da ist, wo es hingehört. Ich habe es so gemacht, dass ich größere Teile genommen habe, um die Dose einmal zu umrunden. Ich habe größere Teile genommen, um die Dose sozusagen einmal zu umrunden. Und dann habe ich kleinere Teile nochmal ausgerissen und die dahin gemacht, wo noch mir zu viele Lücken waren, wo man noch zu viel Dose gesehen hat. Ihr könnt alles vollpappen mit den Servietten. Ich finde es irgendwie ganz schön, wenn man noch so ein bisschen Dose sieht. Aber das ist vollkommen Geschmackssache. Ihr könnt auch zwei Servietten mischen und es bunt machen, wie auch immer. Ihr könnt eurer Fantasie das reinlausblasen. Ich habe so eine kleine Sukkulente zu Hause gehabt, die so aussah, als würde die ganz schnell ganz groß werden. Und deswegen wollte ich da jetzt ein bisschen mehr Platz geben. Bei den Blumen müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr das entweder als Übertopf nur benutzt. Das heißt, dass ihr einen Topf reinstellt und dass da unten noch Platz ist für das überschüssige Wasser. Wie ihr sehen könnt, ist das nicht meine erste Dose gewesen. Und ich finde, sie sind eigentlich echt schön. Auch uneigentlich. Es ist nicht schwierig, aber ihr braucht Geduld. Das war's und ich hoffe, ich sehe auch beim nächsten Mal.